Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist der Aldemar im wunderschönen Commonwealth Im Ödland In der Wunderschönen, wüstigen, radioaktiven Selbstvernichtenden Krebserregenden Welt des Wahnsinns Oder auch so Ich hab hier ein bisschen Häuser gebaut in St. Jerry seit der letzten Folge Und hab noch ein bisschen Hier geht's so lang Da sind die Häuschen Es fehlten Betten, aber alles andere sollte jetzt noch halbwegs Vorhanden sein Es fehlen immer noch Betten, aber die Leute haben irgendwie nicht fertig gebaut Oder bauen noch Keine Ahnung, hab die mal hier ein bisschen Sich versammeln lassen Ich hab Preston gesucht und der hat immer noch keine Quest Der folgt mir jetzt mal ein bisschen Dann können wir mal gucken, ob der liebe Preston Vielleicht mal sich repariert Mir wurde auch gesagt, ich soll das Radio Freedom Laufen lassen, aber ich glaube Das Haben wir ja noch gar nicht Weil wir eben die Burg nicht haben Aber wenn wir vielleicht so zur Burg gehen, können wir vielleicht die Quest triggern Ich weiß es nicht Wir gehen jetzt mal Richtung Burg und gucken mal, würde ich sagen Aber erstmal machen wir Munition Und zwar habe ich ganz viel Dünger Das ist super Wir machen ganz viel 38er Munition Vielleicht ein bisschen Äh, 45er Das wäre auch ganz gut Warte, ich nehme auch mal Blei mit Blei brauchen wir sowieso Blei Blei Oh du wunderbares Blei Forme mir ein paar schöne Kaliber Ich mach das erstmal 38er Vielleicht zu viel auf einmal Oh ist aus Ne, müsste an sein Oh ist das Licht aus? Ein bisschen hell Wow, jetzt geht's los Vielleicht mach ich hier Komm, wir gucken mal Bevor ich mich jetzt umdrehe Ballistic Ammunition Äh, was braucht denn 10mm? Braucht das gleiche? Blei und Dünger Machen wir mal 10mm Davon haben wir nämlich auch nicht viel Oh, da kommt immer eins raus Okay, ich nehme alles zurück Guck mal, da kommen die 38er Ich finde das so geil, oder? Mehr Los Was kosten denn, äh Ach, wir müssen unbedingt auch, ähm Granaten herstellen Ich glaube irgendwas ist kaputt mit den 38ern Aber ich beschwöre mich jetzt mal nicht Verbrauchen wir sowieso immer am meisten Okay 572 Schuss Komm, wir gucken mal gerade Ich falle mich schon vor die Nase Okay, äh Wir brauchen Wir brauchen unbedingt, ähm Ein wenig Maschinen, Maschinen Zweimal Maschinen Da, Explosion Und das geht natürlich, weil wir Abrichtsexperten brauchen Na gut Ich glaube es ist wirklich defekt Ich glaube irgendwas stimmt nicht mit der Dingensmühle Ähm, mach mir mal ein paar 45er Da müsste es gehen, weil die brauchen auch Stahl Anscheinend ist sie defekt Dankeschön Okay, okay Jetzt wird mir jetzt erst mal Scheiße Okay, wir hören das mal damit auf Schluss jetzt Komm, Preston Ja, seitdem ich, äh Das Scrapping-Dingens angemacht habe Da war ich direkt 20 Frames weniger in der Siedlung Aber Aber gut Okay, scheiß drauf So, ähm Tee, Schrott Ich hab sonst alles fertig Wir reisen los Ich wollte eigentlich Äh, wir hatten Teffekens Boothaus im Visier Und das war Da Da gehen wir jetzt hin Covenant Oh scheiße Covenant stimmt ja Wir wollten da Ten Pints Bluff Und dann, von da nach Oder vom Silent Reef in Dann von Ten Pints Bluff nach Covenant vielleicht Dann können wir da nämlich so ein Radio hinstellen Dann können die Leute da einfach hinziehen Weil da gibt's Essen Da gibt's Wasser Da gibt's Betten Ja Da baue ich dann keine, äh Sim Settlements Sachen hin Sondern nur Ausschließlich Das, was da ist Und dann Gehen wir wieder Dann ist die Siedlung aktiv Die können ja irgendwas machen Und dann Ich könnte auch die ganzen Häuser abreißen Und da wohnen Warum wohne ich nicht in Covenant Mann, das wär doch ne Idee Boah, das müssen wir mal ausprobieren Jetzt machen wir uns hier erstmal einen Roboter Der nach Covenant latscht Wir machen uns nen extra neuen Hobby Neuer Automatron Jawohl Einen coolen Robo Ähm Protekton ist okay Kopfrüstung Der wird ja wieder Blitz unterwegs sein Um uns zu helfen Aber Aggressotronbeine hab ich nicht, ne Ne, das ist Das ist echt schade Ich brauch noch Aggressotronbeine, die sind so schön schnell Wollte ich alles nochmal machen Ja, der braucht die Aufwahrungssachen Das sieht halt cool aus Passt gut So, linker Arm Hey, ich wollte mich nur mal kurz vorstellen Die Leute haben über dein Radiosignal gesprochen Also wollten wir es mal probieren Naja, ich wollte nur Dankeschön sagen Ich glaube, hier können wir es schaffen Soll ich irgendwo mit anpacken? Ach krass, das ist ja nett Äh Eigentlich nicht So, zurück Farbe Dass man nicht erkennt Oh, rot Aber das ist doch nicht rot Na, das geht so Liefert Jimmy So, liefert Jimmy Komm mal her Bist du nicht sterben, okay Machst du das schon Oh, funktioniert wieder tadellos Bescheute Ja, ich zeig es dir Klar Ich will nicht ins Third Person gehen Covenant Alien Covenant Der fühlt man so schlecht Okay, so Covenant Jetzt gucken wir mal gerade Ob ich das Sachen abreißen kann Weil ich will eigentlich Nicht mehr in Sanctuary wohnen Wie gesagt Zu viele Häuser Zu viel Performance Ich will irgendwo sein Wo nur mein Krempel liegt Und ich hab ja mal gewohnt Bei, äh Es war eigentlich cool Bei dem Da, wo der Pool ist Ich hab's schon wieder vergessen Guck mal, da haben wir noch Eine Sache übersehen Ich meine Hier ist Platz Aber es ist halt bergauf Ich könnte das Haus abreißen Rocket 69 Es könnte funktionieren Covenant Das wär doch mal was Alter Ich wohne jetzt einfach in Covenant In Aldermanent Okay, vorne kann ich nicht Ich könnte sogar die Mauern einreißen Ja, okay Alles klar Scheiß auf die Leute hier Ich meine Ich meine Wir müssen mal gucken Also ich muss das mal Ohne euch abreißen Und dann mal gucken Wir haben auch überall noch die Geschütze Ey, das ist richtig gut Ich wohne einfach hier Ist halt bergauf Und ab Das ist blöd Aber das könnte Man einfach Wir werden dann ziemlich hoch Und die Mauern würde wahrscheinlich Da nichts mehr bringen Aber es geht ja ums Prinzip Cool Dann blachen wir das So Ich will keine Copyright Probleme bekommen So, jetzt geht's zum Teffigen Bootshaus So, mal gucken Ob der Preston dann irgendwas kamelt Sonst gehen wir nämlich mal Einfach zur Burg mit Preston Und gucken mal wie es läuft Und dann muss ich endlich Automatrund weitermachen Weil Ich will ein paar Ersatzteile noch haben Da ist es schon Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder Alles klar Ich sag, das wäre ein anderes gewesen Blutkäfer Ja, okay Oh Mann, ist der irgendwie sehr groß Oh, was denn da passiert Sind die in die Mine gelaufen? Das ist ja cool Wow Wow, Preston Geiler Schuss Aber ich auch Sehr schön Das sind noch zwei Roter Witwenblutkäfer Der Witwenmacher Warte mal, die sind doch hier explodiert Wahrscheinlich bestimmt eine Mine oder so Ups, Entschuldigung Falscher Knopf Zu viel Stille gespielt Das ist noch einer Fliegt weg, na toll Ich hab euch gerade ausgemacht Markets 69 Wir haben Gesellschaft Beschwer mich mal nicht Noch ein paar Schuss mehr, bitte Ich hab schon fast nichts mehr Die ganzen Beine abgeschossen Cool Ja, jetzt Das ist Ach nee, stimmt ja Ich hab da sowieso Das eine Dings Radio Kannst du mich mal Soll ich mit Preston reden? Ne, ne Wir sollen ja das Ding aktivieren Erstmal looten wir ein wenig Aber es ist sehr mager Sehr enttäuschend Oder Preston Äh Dogmeat Tadaa So, gucken wir mal So, gucken wir mal Ob das geht Aber ich denke mal nicht Nö Okay Dann hat es Das völlig Aber das haben wir abgeschlossen So, wo müssen wir So, wo müssen wir die abgeben Oberland Station Oh Mann Dann haben wir dann die Oberland Station Und das Teffingen und das Teffingen und das Teffingen Bootshaus Wo ist jetzt meine Tasse? Ah, hier Ah, hier Okay Ja Genau so Hallo Hallo Nun kommt Dreck gespielt Du bist zurück Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Jawohl Ich hab den Laden gesäubert Sollte jetzt sicher sein Deine Freunde können also kommen Schön mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören Übrigens haben wir beschlossen die Minutemen zu unterstützen Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn ich die Lage verbessern soll Boah, hier ist es wieder gut Aber da fängt ein Bootshaus, lief es echt kacke So Preston, willst du immer noch nichts? Zeig es mir Ah, zeig es mir Preston So Okay Wir haben ja sowieso Wir sind da hier bei der Burg Deswegen können wir da jetzt einfach mal bei General Atomics wieder anhalten Dann schwimmen wir rüber Und gucken mal, was Preston sagt, wenn wir da hingehen wollen Und dann werden wir entweder Glück haben Oder nicht Ich hoffe doch, dass das das erste ist Befreie deinen Geist Weil wir haben jetzt schon echt viele Siedlungen befreit Er hätte ja schon längst den Mund aufmachen müssen Wir sind jetzt genug Minutemen Bla 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 Aber nö Aber vielleicht triggert er jetzt, wenn wir da rüber gehen Ich hab jetzt keinen Bock auf die Super Mutanten oder Raider, die hier rumhocken Da ist sie, die Burg Normalerweise ist es doch mehr Zeug hier als nur die eine Mine Schade Preston Wo bist du denn? Er ist zurückgeblieben Dann gehen wir jetzt alleine los Ja, normalerweise stürmt man das Ding mit dem Minutemen Aber es ist ja keiner hier Das ist doch nichts Hey Sag mir einfach wo Was hast du auf dem Herzen? Läuft zwischen uns alles gut? Ich glaube du hast alles, was ein großer Anführer braucht Aber du musst dich noch beweisen Das ist erstmal alles Okay Ich muss mich noch beweisen? Was will er denn noch haben? Da geht's hier rein, ob er die Burg alleine Ohne die Hilfe der anderen Minutemen Null Problemo Und los geht's Ich glaub ich hab hier drüben was Ich hab keine Oh shit Ich kann nicht auf die Augen schießen Oh, warum hab ich alle Granaten zu Hause gelassen? Ich trottel Ich hab auch irgendwie hier ran gesucht Und ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe Jetzt hab ich das mühvoll nah Das hab ich auch noch nie geschafft Spieltermine Wir haben aber nur eine Plasma-Mine Und machen wir jetzt mal den Monster-Cocktail Okay Ähm Aber die Mine Ich glaub die war ich mir lieber auch für Das was noch kommt Sehr schön Man, Preston Du bist mit dem Ding echt gut Keine Sorge, Doc Mies Ich bin sehr stolz auf dich Noch mehr Na, gefällt euch das? So mal, damit kann ich viel mehr Schaden machen Oh Mann Ist die Pistole gut Guck mal, der hier Meierlörg Ich glaub das hat gewackelt Die, die wackeln, die platzen auf Die müsst ihr abknallen Die, die nicht wackeln, müsst ihr Ein Omelette kochen Ein Haus bauen Preston Ein wunderschönes Haus für uns beide Das freut dich doch bestimmt Oh oh Ach egal Normaler kommt doch die Meierlörg Königin Aber Anscheinend Haben wir Glück Ach egal Ich kann die nicht einfach da liegen lassen Können wir auch verkaufen Ich mein, es gibt ja auch XP Daraus was zu kochen Oh, die Mutter Nein, falsche Waffe Falsche Waffe Oh scheiße Jetzt kommt die Mutter Oh scheiße Ist mich runtergefallen Oh scheiße Oh das hat so gar nicht gesessen Hilfe Hilfe Oh dafür hab ich auch nichts Oh Bruderschaft Oh wäre egal Wenn es die Bruderschaft hier anfliegen würde Ähm Habe ich einen Fatman zufällig Irgendwo Ähm Die sucht mich voll Oh ekelhaft Ich esse jetzt erstmal deine Kinder Oh na toll Dogmeat Greif sie an Hier drüben Das kann lange dauern Oh Gott Oh Gott Puh Ey ich hab echt nichts anderes an Munition Ich hab die Schrotflinte Aber Puh Ich weiß ja nicht Wir könnten Ich hab kein Jet mitgenommen Ich hab kein Jet mitgenommen Aber das könnte funktionieren Okay Leute Ich muss erst mal aufhören Ich glaube ich brauch ein bisschen mehr Munition Und ich sagen wir sehen uns nächste Folge wieder bei Fallout 4 Haut rein Leute Georges Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020